Was sind eigentlich eure drei wertvollsten Lieblings-Items in Rocket League? Bei mir auf jeden Fall der Titan-Weiße Dominus. Schau dir dieses hübsche Auto doch mal an, das ich damals für 500 Euro gekauft habe. Fragt bitte nicht. Dann auf jeden Fall noch die Torexplosion Hadesbombe in Titan-Weiß, die es damals als Turnierbelohnungen gab. Aber schau dir das doch mal an. Ist das nicht nice? Und da es nicht tradable ist, ist das auf jeden Fall super viel wert. Und das dritte Item natürlich die kleine Eule. Sie kostet zwar nur 50 bis 100 Credits, aber manchmal zählen die inneren Werte, stimmt's? Ganz genau.